Begrüßen Sie den Mann, den wir niemals zum Grand Prix schicken würden, denn ohne ihn wären wir aufgeschmissen. Jetzt ist Helmut Halley! Das bedeutet natürlich, ihr müsst singen, meine kleinen Showhasen. Und ja, kommt einfach in die Mitte. Ich suche derweil schon mal vier Begriffe für euch, die ihr in dieses Lied einbauen müsst. Einfach hier, irgendwas, was auch immer. Kartoffelsalat! Kartoffelsalat ist es! Jawohl! Kartoffelsalat hat Caroline. Ich habe Dixi-Klo gehört. Dixi-Klo. Bananarama! Bananagrama! So, der vierte Begriff. Denispumpe. Denispumpe? Nein. Denispumpe. Das gibt einen schönen Refrain. So, das Thema des Ganzen ist natürlich, ich kenne nicht einfach dazu was zu finden, ein übergreifendes Thema ist schwierig. Deswegen würde ich einfach sagen, wir haben Pfingsten. Was macht ihr an so einem langen Wochenende? Wie schlagt ihr das wohl tot? Das wäre so das Thema unseres kleinen Songs heute mit diesen schönen Begriffen, meine Damen und Herren. Was zur Hölle ist Pfingsten? Was hat Jesus da gemacht? Egal, ich hab frei. Dann mach ich mich erstmal parat. Und dann koch ich das. Das Einzige, was ich kann. Und das ist... Kartoffelsalat. Oh, ja. Oh, ja. Was macht man zu Pfingsten? Ich weiß es kaum. Ich liege mich auf die Couch und träume einen Traum. Oh, yeah. Oh, ich such meine Frau. Und dann sitzt sie schon. Mit ihrem sexy Po auf dem Dixi-Klo. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Pfingsten versuch ich, möglichst viel zu essen. Oh, 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 yeah. In den Pausen auch mal was zu fressen. Oh, yeah. Ich hör stundenlang Bananerama. Oh, 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 oh. Und wenn nicht, rasiere ich mir mein Schamhaar.